Hallo liebe Sichtbarkeitsfreunde! Heute geht es um das Thema Miracle Morning. Das ist ein Buch von Hal Elrod, so würde ich den Namen aussprechen. Und damit du auch toll in deinen Morgen starten kannst, habe ich mir überlegt, ich erkläre dir, was so meine Hauptpunkte sind, die ich aus diesem Buch rausziehe. Und das eine ist, er sagt, die erfolgreichen Menschen starten immer mit sechs gleichen Dingen in den Tag und nennt diese Dinge Savers. Und da kann man sich, also das sind englische Abkürzungen, die ich dir jetzt dann aber auch erklären werde, das eine S am Anfang, das steht für Silence, das heißt für Meditation. Dann kommt das A für Affirmationen, das heißt, du sagst die Glaubenssätze auf. Dann kommt der Bereich V, Visualisierung. E für Exercise, das heißt morgens Sport machen, damit dein Kreislauf in Schwung kommt. R für Reading und S für Scribble, das heißt schreiben. Und jetzt erkläre ich dir noch ein bisschen im Detail, was das genau heißt, inklusive der Zeitangaben von dem Hal Elrod. Und er sagt, für die erste Meditation, also er sagt so dieser Miracle Morning, er würde dazu raten, dass der so um die 60 Minuten, das heißt eine Stunde dauert. Natürlich kann man das auch um einiges kürzer fassen und zusammenpacken, viel komprimieren, aber ich erkläre dir jetzt erstmal, was so seine Idee dahinter ist. Das erste S für Silence, für die Meditation, da sagt er, rät er dazu, das 5 Minuten lang zu machen, auch die Affirmation 5 Minuten und genauso wie die Visualisierung auch 5 Minuten. Er sagt, für Exercise würde er sich 20 Minuten am Morgen gönnen und für das Lesen auch 20 Minuten und für das letzte Scribbeln, also das letzte Schreiben, Notieren nochmal 5 Minuten. Und dann kommt er in Summe auf die 60 Minuten. Und damit du schon toll in deinen Morgen starten kannst, sagt er, es ist super sinnvoll, wenn du dich schon am Abend davor genau darauf vorbereitest. Und da hat er auch 5 Tipps für dich. Der erste Tipp ist auf jeden Fall, dass du am Abend vorher schon deine Absicht formulierst, warum du morgens so früh aufstehen möchtest und wie du in den Tag starten willst. Das zweite ist, weil es den meisten Leuten ja wirklich schwer fällt, morgens einfach auch aus dem Bett zu kommen, dass du deinen Wecker so weit wegstellst, dass du aufstehen musst, um ihn wirklich auszumachen. Das dritte ist, wenn du dann aufstehst, dass du dir als erstes deine Zähne putzt und ein bisschen Wasser ins Gesicht schmeißt. Und der vierte Tipp ist, ein Glas Wasser direkt am Morgen trinken, weil du über die Nacht einfach viel Wasser verlierst. Und der fünfte Tipp ist, deinen Kreislauf direkt in Schwung zu bringen und Sport zu machen. Und das sind die Tipps für den Abend davor und dann halt auch gleich, was dann morgens als erstes gemacht werden soll, damit du direkt in den Tag starten kannst. Und er sagt dann auch, ein kleiner schöner Spruch für dich, tu was nötig ist und nicht was leicht ist. Denn gerade zu Beginn sind diese ganzen Veränderungen mit dem Miracle Morning Anfang wirklich schwierig. Und er sagt dann auch, dass das 30 Tage braucht, um eine Routine zu implementieren. Und diese 30 Tage würde er in drei Phasen aufteilen. Und das sind die ersten 10 Tage im Normalfall, da ist es wirklich unerträglich, morgens aufzustehen. Und er sagt, der Miracle Morning sollte morgens um 5 Uhr anfangen. Aber da sage ich dir auch ganz ehrlich, für mich ist 5 Uhr morgens ein absolutes No-Go, geht gar nicht. Dann ist der ganze Tag für mich persönlich kaputt. Ich komme dann echt gar nicht in Schwung, aber das würde ich dir auch wirklich raten. Find das für dich raus. Für mich ist die beste Zeit 6 Uhr morgens. Da komme ich gut in den Tag und habe dann auch einfach einen schönen Tag. Und bin nicht so knatschig. Und das würde ich dir auch raten, find das für dich raus. Weil ich früher zwischen 8 und 9 aufgestanden bin. Und dann ist 6 halt schon extrem viel Zeit, die ich für mich habe. Und ja, die ich dann einfach, wo ich mir Zeit für mich nehmen kann und besser in den Tag starten kann. Aber, so, meine Routine fängt also morgens um 6 Uhr an. Und die ersten 10 Tage waren wirklich unerträglich, als ich das eingeführt habe. Und dann kommen die nächsten 10 Tage, da ist es dann ungemütlich. Also ist es auch noch nicht so, dass man denkt, yes, endlich darf ich aufstehen. Und die letzten 10, also die letzten 10 Tage von diesen 30 Tagen der Veränderung, da ist es dann, da ist man unaufhaltsam. Also eigentlich hat sich der Körper dann so dran gewöhnt, dass es funktioniert. Aber, du darfst dann auch nicht nachlassen. Also weiter frühmorgens aufstehen und dranbleiben. Auch wenn es dir dann leicht fällt, lass da nicht den Schlendrieren einziehen. Das wird dir die Sache dann echt erschweren. Dann sagt er auch, dass man sich immer Gedanken über diese 10 Lebensbereiche machen sollte. Und das sind folgende, die werde ich jetzt kurz vorlesen. Deine Umgebung, Familie und Freunde. Deine persönliche Weiterentwicklung. Spiritualität, Finanzen, Spaß und Freizeit, Spenden, Gesundheit und Fitness, Karriere und dein Lebensgefährte bzw. Beziehung. Er rät dazu, dass man die dann immer auch im Auge behält, sich Ziele dafür setzt und so weiter. Und damit dir das leichter fällt, habe ich den sogenannten Produvi-Kalender erstellt. Das ist ein digitaler Kalender, funktioniert fantastisch mit GoodNotes, das heißt, es ist geeignet für alle Apple-Nutzer. Aber auch die Android-Nutzer können ihn gerne benutzen. Am besten funktioniert das dann, wenn du dir eine App raussuchst, mit der du auch handschriftliche Notizen auf deinem Tablet machen kannst. Und da habe ich das so erstellt, dass du sowohl einen Monatskalender hast, als auch dann immer deinen Rückblick und deine Planung für den jeweiligen Monat und zwar mit acht Lebensbereichen. Genau, ich habe die Bereiche Spenden, den Bereich Spenden habe ich rausgelassen und auch Umgebung und Spiritualität, das habe ich zusammengefasst in einen Bereich, weil das für mich gut funktioniert. Und auch meine Kunden haben mir gesagt, dass das super funktioniert. Falls du dich dafür interessierst, ich verlinke dir das da oben im i und natürlich unten in der Infobox. Schau vorbei und wenn dich das interessiert, das ist ein digitaler Kalender, wie gesagt. Ja, schau vorbei, würde mich sehr freuen. Bis die Tage, tschüss! Ja, schau vorbei, würde mich sehr freuen.